Willkommen zurück zur LPT Folge 2 Minecraft und ja, man sieht Banane hat einen Pfeil im Kopf stecken, ich weiß nicht, warum, keine Ahnung, was ist es? Das war gerade das Skelett. Das weißt du, das mach ich einfach so, das macht man halt so. So, ich geh währenddessen mal noch ein paar Steinchen abbauen, da hinten wo wir gewesen sind. Oh, hier ist ein riesen Slime am rumlaufen. Ich hab wieder Dinger angebaut. Könnt ihr mich angreifen, die großen Slimes? Ja, schön, der läuft mir nämlich gerade hinterher, es ist nicht so berauschen und prickelt. Ah, jetzt nicht mehr, jetzt ist er weit weg. So, ich grabe ein bisschen ein paar Steine ab hier, vielleicht finde ich ja Kohle. Im Übrigen habe ich sogar eine Fackel dabei, die habe ich vorhin gefunden, irgendwo durch Zufall. Ich weiß gar nicht, wo ich die her habe. Muss man mal schauen, ich mach die mal so lange hier hin. Wo ist der? Alter, jetzt kommt der mir hinterher. Oder was? Mann, verzieh dich. Verzieh dich. Mann, verzieh dich. Die sterben! So, endlich. Ich bin ein Trottel, das ist der Klapp. Ach, die werden immer kleiner, oder was, die Kücher? Ja, die teilen sich auf. Und die ganz kleinen, die kannst du mit der Hand killen. So, jetzt sind die alle tot. Dann lalala, das heißt, wir müssen mal gucken, dass ich jetzt wieder meine Spitzhacke bekomme. Sehr schön. So, das heißt, ich kann hier weiterarbeiten an Steine für uns. Wie bauen wir denn unser Haus dann aus Steine, oder was? Ja, ne? Oder? Ich hätte gesagt, am Anfang reicht Holz, oder? Du kannst natürlich auch aus Steine machen. Cobblestone sieht hier in der Welt ja ganz schick aus. Jo. So, wir müssen aber dann auch einen schönen Ort finden dafür, ne? Weil, weil so können wir uns dann nie niederlassen. Brennt das Dorf ab. Brennt das Dorf ab, macht uns dann einen Bauernruf hin. Brennt das Dorf nieder. Brennt das Dorf nieder, brennt das Dorf nieder, brennt das Dorf nieder. Ich bin auch so klug, ich bin so klug, K-L-U-K. Ich hab nämlich vergessen, den Timer zu stellen. Ich bin so klug, K-L-U-K. Scheiße, ich muss dir jetzt erstmal den Timer stellen. Sehr professionell von mir im Übrigen. Oh Mann. Ach, ja, Söckchen, ich hatte ne Schönheits-OP mit Pfeil im Kopf. So. Stein auf Stein, Stein auf Stein, das Häuschen wird bald fertig sein. Wieso können wir eigentlich kein Lebkuchenhaus bauen? Das weiß ich auch nicht. Das ist alles super. Mir ist Kies auf den Socken gefallen. Entschuldigung, das war Kies. Kies fiel mir gerade entgegen. Mein ich das nur, ob ich das schon wieder nach oben wusste. Wo ist die Fackel hin? Achso. Hast du die Fackel eingesteckt? Der beklaut der mich einfach. Ist denn sowas möglich? Beklaut der mich einfach. Unglaublich sowas. Ja, wie habe ich die denn bekommen? Du hast die Fackel abgebaut wahrscheinlich. Hallo Zombie. Hallo Zombie. Ja, die Fackel wahrscheinlich einfach abgebaut. Ist meine. Gehört mir. Ende. So weit aber auch. Hoffentlich frisst dich der Zombie auf. Runter da. Wie gut, dass ich gar kein Schwert gebaut habe. Ich bin so klug. Ich bin so klug. Kai, Lukas. Weißt du, was schade ist? Dass ich ihm nicht in deinem Bein abhacken kann. Würdest du mir mal bitte eine Treppe bauen? Ich komme hier nicht mehr raus. Nö. Du musst nur einen Stein wegholzen. Ja. Super. Der Zombie ist jetzt auch tot. Hier, tschüss. Du Drecksack. Da baut er mich hier runter. Ist das sowas möglich? Das gibt es doch gar nicht. Du. Alter. Ich habe dich da nicht runtergebaut. Ich habe gar nichts gemacht. Nein, nein. Das geht gar nicht. Da ist ein Creeper. Den will ich jetzt erst mal ausweichen. Guten Tag, Herr Creeper. So, dann bauen wir nochmal hier ein bisschen ab, ne? Da brauchen wir auch noch ein paar Steine. Die haben wir ja gerade gebraucht. Oh, ich höre das Geräusch der Hüley. Der Hüley. Der Hüley. Der Hüley. Oh. Eine Spitze hat sich schon wieder verabschiedet. Oh, die Menschen sind in die Mühwein. Ja gut, aber da können wir ja genug Steine abbauen. So schlimm ist es ja nicht. Was mir mehr Sorgen macht, ist der Hunger. Ja, der Hunger macht mir auch Sorgen. Soll ich erst mal auf die Pilgertour gehen? Weißt du, ich denke mir, hier müsste doch schon der Ausgang sein. Wie komme ich denn hier wieder raus? Bis ich merke, dass du mich eingebaut hast, hat es erst eine Weile gedauert. Nein, ich habe dich doch nicht eingebaut. Wie kommst du denn darauf? Niemals. Nein, niemals. Hier waren doch schon die Steine gewesen. Aber ich kenne da so jemanden, der hat mich nach unten gebaut. Ich habe dich da nicht runtergebaut. Wie denn bitte? So zum Beispiel. Na, 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 na. So. Ich werde mir mal gleich aus den Steinen, werde ich mir glaube ich... Glitch die Truhe? Schau mal, die Truhe glitch. Warum glitch die Truhe? Was ist denn damit? Die ist nicht zu, die ist aufgelöst. Ich werde mir währenddessen mal eben ein Steinschwert bauen oder zwei oder drei. Ich werde mir ein bisschen Brot verknumsen. Noch mal ein paar Spitzhacken bauen, wenn wir schon einmal dabei sind. Ja, ich werde meine Alte erstmal... Ja, ich werde die in die Kiste packen alles. Das hat sich auch komisch angehört, so im Kontext. Ich werde erstmal meine Alte weghauen. Ich werde meine Alte weghauen, okay. Ja, wenn du deine Alte weghau'st, das ist... Also, ich meine umbringt, ne. Achso, okay. So. Also, wir können uns mit Werkzeug und so können uns glaube ich totschmeißen jetzt demnächst. So schlimm ist es nicht. Da wären wir wieder beim Thema. Ich stelle dich gerade genauernd den Vergleich mit Dying Light an. Ja, wie kannst du denn über einen Dying Light denken? Ja, das ist ein geniales Game. Ja, das stimmt allerdings. Ich meine, da liegt immer noch an das eine. Deine Alte. Ähm, ich werde ein bisschen... Du bleibst ja hier bei den Dings, ne. Bei den Steinen abbauen. Dann werde ich mich mal eben um Essen kümmern, ne. Okay. Ich kümmere mich währenddessen um Essen. Und werde nämlich dann gleich einen Ofen bauen. Das hat sich ja gereimt. Bleib hier, du Schwein. So. So. Okay. Fühl dich nicht immer angesprochen. Lalalalalala. So. Ich muss hier ein bisschen hier jagen gehen. Lalalalalala. Da sind wieder Schweine. Jede Menge Schweine. Da ist auch ein Schwein. Da ist sogar eine Kuh wieder. Also um Essen brauchen wir uns dann gleich, glaube ich, erst mal nicht kümmern in der nächsten Zeit, weil so viel wie ich hier habe und finde. So. Du schmeißt die Kühe weg. Ich würde vielleicht zwei Kühe behalten, damit man die züchten kann. Ähm. Ich habe, ähm. Das Problem ist jetzt nicht, dass ich die Kühe weghau, sondern ich haue die Schweine auch um. Die Kühe sind mir jetzt eigentlich relativ egal. Ja, wenn ich jetzt mal Schweine finde, werde ich die Schweine schlachten. Werde aber zwischendurch nochmal ein Schweinefleisch mir hinter die Kieben schmeißen, damit man ein bisschen rennen kann. Ähm. Und dann können wir ein bisschen Holz abbauen und, äh, Holzkohle machen. Genau. Und ich werde währenddessen schon mal den Ofen daneben platzieren, neben der uns und, äh, schmeiß mal das Fleisch auf den Grill mit einem Stück Holz. Also irgendwann, äh, wir sind ja in einem, äh, Sumpfgebiet anscheinend, sonst würden ja keine Schleim spawnen. Ja. So. Das heißt, wir können irgendwann Redstone haben und klebrige Kolben. Dann würde ich vielleicht vorschlagen, dass wir, aaaaaaah, dass wir, aaaaaaah, dass wir eine automatische Erntemaschine bauen, irgendwann. Ja, müssen wir mal gucken. Erstmal, wie gesagt, wir müssen ja auch erstmal den Platz finden. Zeig mir den Platz in der Kneipe. Äh, wo wir uns dann niederlassen. Weil hier am Dorf finde ich doof, das ist so, weiß nicht, da sind wir gestartet, das ist, gefällt mir nicht. Also mir persönlich gefällt's nicht. Okay. Muss ja, wieso gefällt's dir hier? Ich hätte halt gedacht, weißt du, wir vertreiben die, aaaaaah, Dorfbewohner. Ja, gut, aber... Nee, es ist jetzt gesagt, wir können was im Schneegebiet machen. Ähm... Schön aus dunklem Fichtenholz. Ich würde sagen, wir gehen auf Pilgertour und gucken uns um. Ho, 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 ho. Weil wir haben ja noch, die Welt ist ja riesig und alles, ne? Ja, ja, ja. Äh, Blacklight, ist es ein Live-LP? Nein. Es ist kein, äh, Mitspiel-Server. Es ist ein Live-LP. Ja. So. Für alle, die mich fragen. Ja, wir nehmen Live für YouTube auf. So. Müssen wir mal schauen. Ich bin noch ein paar Schweinchen am killen. Da ist nochmal ein Hühnchen. Da ist nochmal ein Schaf. Ich weiß ja nicht mal, wo du bist. Das ist doch schön. Ich komm zu dir. Ich bin, ich seh dich. Ach so, okay. Ich bin nur in diesem Umkreis hier gerade am rumlaufen. Ich werde aber so langsam müde und junger. Ich seh dich auch. Ja, ich hatte den Ofen schon ein bisschen angeschmissen mit ein bisschen Fleisch, weil ich brauch nämlich was zu hinter den Kien, damit ich volle Lebensenergie bekomme. So. Lass mich auf das Pferd drauf. Zack, 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 zack. So, warte. So, warte, ähm... So, sehr schön Fleisch haben wir hier. Das bei dir auch nochmal... Ne? Den Grill legen. Und ich will das mal eben reinpfeifen. So. So, warte. Ach, geh weg, du. So. Ich würde sagen, wir gehen nochmal schlafen eine Runde, ne? Weil es wird nämlich Nacht. Und das ist nicht gut. Wie gut, dass das Dorf jetzt erstmal nicht so weit weg ist. Das heißt, wir können dann ganz in Ruhe und entspannt, können wir, äh... Ah, ein Creeper! Ganz entspannt schlafen gehen. Da vorne ist noch ein Creeper. Ne, ein Zombie. Ist mir egal, ist mir egal, ist mir egal, ist mir egal. Ist mir egal. Der reichst auch nicht schlecht. Der reichst auch nicht schlecht. Vielleicht vertreiben wir noch ein bisschen die Einwohner. Nichts. Aber ne, wie gesagt, ich finde schon gut, dass wir... Ich lege jetzt auf deine Seite. Such den eigenen. Jetzt liegt da auch noch ein Brot auf mich drauf, oder was? Oh, er bedickt mich mit Brot. Ich breche das... So, am nächsten Morgen geht's weiter und wir schauen mal. Ich glaube, die Dorfbewohner drehen schon durch, weil wir die ganze Zeit immer ihre Wohnung benutzen. Ja, was machen die da? Was hat so gesagt? Boah, aber der Weizen wächst ganz ordentlich. Okay. Was hat so gesagt? Wieso benutzen? Die Wohnbrauch haben da drin. Beim Dorf haben die doch genug Möhren und so. Ja, das stimmt. Da hast du recht. So, das dürfte auffällig sein. So, wie gesagt, ein bisschen... Bisschen Brot haben wir jetzt auch. Ja, wir haben ja bei dem Dorf jetzt schon ein bisschen was angebaut. Genau. Mal gucken, ich kann doch, glaube ich... Wie war das denn? Der Creeper, das ist so ein bisschen spannender. Der schaut uns gerade zu. Ja, soll doch gucken. Ich lock den mal ein bisschen weg. Kommen Sie mit, Herr Creper. Herr Creper. Herr Creper. Ja, Herr Creper. Warte mal. Auf der Creperbahn. Auf der Creperbahn nachts um halb drei. 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 Weißt du noch, wie das Lied weitergeht, oder? Nee, ich hab's vergessen. Ihr kennt's doch auch. Auf der Creperbahn nachts um halb drei. Auf der Creperbahn nachts um halb drei. Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala. So. Ah, warte mal. Ich kann mal eben... Wieso hast du das Holz rausgenommen? Ich wollte gerade noch mal grillen. Hallo? Lass mich doch mal meinen. Hallo? Lass meinen Ofen da... Jetzt wird das Holz da oben. Ich glaub's ja wohl. Und wo ist das Fleisch hier? Du hast das Fleisch eingesteckt. Ich geh am Rand. Alter. Komm, schmeißt. Komm, schmeißt. Komm, schmeißt. Der beklaut mich. Der beklaut mich. Was machst du denn? Was machst du denn? Der beklaut mich einfach. Was machst du denn da? Du doch das rein. Was denn? Holzplanken. Ja, mein Gott. Der beklaut mich. Er ist so was. Der beklaut mich mitten im Let's Play. Ist das unglaublich so was. So. Ich baue noch mal ein paar Steine. Ey, warum ist das auch auf dem Boden fallen? Weißt du, das ist vom LKW gefallen. Ja, genau. Das ist vom LKW gefallen. Vom LKW. So, warte mal. Ich werde noch mal ein paar Steine hier so ein bisschen den Eingang ein bisschen größer bauen, damit wir ein bisschen schneller flüchten können. Ich werde jetzt dauernd von Kies erschlagen. Ja, ich werde mal versuchen, dass wir jetzt gleich mal vielleicht mal in die Höhle gehen und mal ein bisschen Kohle sammeln. Kohle, 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 Kohle. Kohle, Kohle. So. Hier kommen wir schon mal gut raus. Das ist schon mal super. So, zack. Hier vielleicht noch mal eine Stufe hin. Da vielleicht auch noch mal eine Stufe hin. So. Da noch mal was hin. Da noch mal hin. Ja, das ist... Wir bauen mir alles zu hier gleich, ey. Du baust es immer weiter, so können wir gar nicht hin. Nein, aber so ist es ganz gut, weil so haben wir wenigstens eine kleine, kleine Treppe hier und dann kommen wir hier. Ja, ja. Wir halten uns jetzt schon auf mit dekorativen Sachen. Ja, ich werde währenddessen mal schauen, dass wir hier jetzt mal ein bisschen Kohle finden. Ach, Fackeln müssen wir auch noch bauen, ne? Ja, Kohle brauchen wir ja nicht finden, wenn wir... Ciao! Oder so. Können wir auch machen. Dann gehe ich ein bisschen Holz hacken. Holz mache ich auch gleich. Ich hole mir eine Steinax. Das mache ich gleich und dann mache ich mit. So. Warte mal. Holzkohle, wo kann ich das denn nochmal bauen? Holzkohle, die brennst du. Ach ja, die brennt man ja mit... Dafür brennst du Baumstämme mit, ähm... Ähm... Mit Klanken. Ach, du hast mir ja mein Fichtenholz wieder geklaut, ne? Oder? Das habe ich doch in den Ofen rein. Oder beziehungsweise... Ach nee, das habe ich jetzt. Ja, das ist gut. Damit kann man doch schon Holzkohle brennen, oder nicht? Oder? Ja, können wir machen. Mache ich auch gleich. Einen Moment. Deswegen habe ich es ja genommen. Ja, ist klar. Natürlich. Deswegen hast du es ja genommen. Ist klar. Natürlich. Oh. Lalalalalalalala. Wie gut, dass ich schon selbst Holzkohlekater habe. Such dir deinen eigenen Ofen. Geh weg von meinem Ofen. Das nehme ich ja alles mit. Dann kannst du ja selber überleben. So. Wie viel brauchen wir denn da für die, äh... Fackel? Warte mal. Bei Holzkohle auch nur eine. Eine für vier Fackel. Stimmt. Eine für vier Fackel und Stiky, ne? Stiky, stiky, stik. Stiky, stik, stik. Stiky, stick. weißt du was uns auch fehlt was denn öfen jede menge öfen und noch mal eine oberlappe noch mal eine webbench glaube ich wäre gar nicht so verkehrt so ich habe glaube ich erst mal so weit genug an utensilien für den abbau an kohle und eisenerz vielleicht ich muss noch eine kohle also kohle brauchen wir ja nicht mehr ab und das ist das geile weißt du wir kommen von der von der höhlen tour zurück und dann sind wahrscheinlich ja aber eisenerz wäre ganz geil eisenerz ja klar 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 für vielleicht für eine rüstung oder so dass wir das irgendwie ich platziere noch ein bisschen was in der kiste ich muss die zeit ein bisschen im blick auch haben das ist das problem ich war ja so klk und habe einfach mal vergessen den timer zu starten deswegen war ich so klug so da unten wartet schon eine spinne auf mich das ist super tut die spiel nicht was mir hat man mir hat man mal gesagt die spinne tut einem nichts wenn hell ist stimmt gilt gilt die regel auch für die hüllen okay also in der höhle greifen ja ja die sterben so ich habe ein spinnen am schlimmsten sind höhlenspinnen die du unten findest die grünen die sind giftig und nein 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 geh weg ciao ciao tschüss da unten stehen hexa tschüss macht's gut ja ein hexa da steht ein hexa der hexa ist wieder da mach mich nicht fertig da steht ein hexa und ich wollte gerade anfangen zu krabbeln und der guckt auch nur die treppe hoch willst du mich verarschen Der kommt auch noch hier hoch. Der kommt nach oben. Der kommt nach oben. Ich schwöre, der kommt nach oben. Ich schwöre, der kommt nach oben. Oh, scheiße. Der kommt. Wo bist du? Ich bin bei der Hacker. Oh, der kommt. Der kommt, der kommt, der kommt, der kommt. Der kommt. Alter, der verfolgt mich. Der ist ein Stalker. Das ist voll ein Stalker. Was will der von mir? Wenn ich jetzt rausschaue, habe ich da was zu lachen. Wo bist denn du? Wo bist denn du? Sag doch mal, definier mal, wo du bist. Piep hinter dir. Siehst du das? Die wieder mich verfolgt? Ich sehe gar nichts, doch. Das ist eine Paranoia. Ich sehe nur nichts. Da hinten bist du. Guck mal hier, wer links neben mir steht. Ciao. Gar niemand steht links neben dir. Hallo, ich bin noch nicht paranoid. Ich komme zu dir. Dann siehst du wieder hier. Wieder mich angreifen. Ja, jetzt sehe ich ihn. Jetzt sehe ich ihn. Ach nee, jetzt auf einmal siehst du ihn, ne? Davor habe ich nicht gesehen. Ich glaube, du hast Pilze geschluckt. Deswegen siehst du den nicht. Wer weiß, was du im Wald gerade machst. Du sollst die Pilze weglassen. Ich fred's Brot. Weiß du was? Ich stehe da. Ich sehe das. Und genuss mich. Guck, 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 guck. Ich helfe denen doch nicht. Komm, ja, du schreibst. Nee, ich habe mir auch überlegt, soll ich da jetzt hingehen und die Röden ach? Ach, ja, ne. Das schafft er schon. Ist der jetzt weg oder nicht? Naja, der steht da jetzt vor den Öfen. Der kranke Affe. Ja, toll, super. Finde ich super. Ähm. Kann man ihn töten? Ja, ne? Wahrscheinlich, oder? Ja, aber du bräuchtest Milch, um dich von den Effekten seiner Gifte zu erholen. Das ist blöd. Das ist sehr, sehr blöd. Das ist gemein, dass er jetzt genau gerade da steht. Also immer wenn ich ne... Mann, ey. Dann gehe ich halt da hinten in die Höhle rein. Ist mir egal. So. Können wir mal was essen? Wann, 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 wann. Ist mir egal. Ist mir egal. Ist mir egal. So. Gehen wir mal hier gucken, ob wir hier vielleicht ne Höhle noch finden. Weil es sieht so ein bisschen dann heraus, als wäre hier ne Höhle. Naja. Also die Welt gefällt mir echt. Ja, das ist echt schön. Stimmt. Ich kann mich einfach mal hier runter. Vielleicht finde ich ja dann mal was. Mal schauen. So. Soll ich vielleicht mal alles ablegen? Und, äh, also mit Ruhe. Und dann den, äh, den Hexer so ein bisschen weglocken. Ja, warum nicht? Dass wir den vielleicht da weggehen, weil... Das ist sehr wichtig, aber, äh... Ähm, ja, das Problem ist halt, wenn er da ewig steht, kommen wir da nie wieder an die Kisten alles dran. Weil wenn er da nicht weggeht und verschwindet, dann... Ich hab schon wieder Kies, 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 Kies. Ich hab schon wieder Kies oder gefunden. Ich will finden, das wäre echt... Fällt mir nicht super. Aber ist, glaube ich, völlig schön da aus, als wäre hier unten gar nichts. Ist auch gerade ein bisschen... Oder? Hm, hm. Ich kann mal ne Fackel hin. Fackel, Fackel. Fackel. So. La 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 la. Jede Menge Steine. Und wieder Kies fällt mir schon wieder auf die Socken. Ist doch nicht. Ich glaube, das wird hier, glaube ich, nichts. Ich habe einen Stack Holz gesammelt, den können wir zur Holzpule jetzt machen. Okay, super. Aber ich höre einen Zombie. Das heißt, förmlich, es könnte sein, dass hier eine Blüte schlafen gehen. Ach, es ist dunkel. Warum sagst du denn nichts? Ah, okay, ja, schön. Jetzt sehe ich es auch. Ach, es ist dunkel. Wer hätte das gedacht? Ja, das passt doch. Denn, ja, passt wie es sich auch trifft, denn passend zum Folgenende wandern wir jetzt noch Richtung Dorf, würde ich sagen. Und gehen eine Runde schlafen. Der ist bestimmt wieder in die Höhle reingegangen. Der ist mit Sicherheit in die Höhle reingegangen. Der wartet nur auf uns. Der wartet nur auf uns. Die Ratte. Ich gehe jetzt zur Hunde. Ja, geh schon mal vor. Ich komme gleich nach. Ich muss noch eben was im Grill schmeißen. Oh, nein, oh, nein, 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 au, au, au. Okay, ich schmeiß, ich schmeiß beim nächsten Mal was im Grill, okay? Oh, 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 oh. Ich habe so ein paar, äh, ich habe so ein paar Pfeile an mir mitgebracht. Die könnten wir vielleicht gebrauchen. Du hast dir ein Piercing machen lassen auf dem Weg. Ja, genau, ja, ja. Da war übrigens ein Tätowierer auf dem Weg, ja, da habe ich kurz vorbeigeschaut, deswegen. Der, äh, war so lieb. Und hat mir ein paar Pfeile tätowiert, auch so im Kopf rein. Nein, ich kann mich nicht ausruhen, das ist ein Monster, ey. Geh, weg, du. Ach so. So, jetzt ist er weg. So, dann würde ich sagen, das war's mit der Folge. Let's play Minecraft, äh, LPT Minecraft. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, tschüss. Tschüssi. 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 Tschüssi.